Achtung an alle Schüler, hier spricht Direktor Prickley. Seid informiert, dass ich heute Morgen einen dicken, fetten Hintern habe, den ich mir regelmäßig kratze. Hier kommt Disneys Große Pause, ein Film der völlig neuen Art. Ja, sowas, Direktor Prickley, was für eine Überraschung. Wer die Ferien für immer verändert. Disneys Große Pause, die geheime Mission. Sie denken, sie hätten endlich frei, doch da haben sie sich gründlich geirrt. Die großen Ferien werden endgültig eliminiert. Nein! Mom, Mom! TJ, was hast du denn? Die Männer in der Schule, die wollen ein furchtbares Experiment machen. Du hast ja Fieber. Ich hole schnell das Fieberthermometer und etwas Creme, damit es gut reinrutscht. Also das ja eben, das haut ja wohl den Stärksten um. Jetzt treten sie an, die Welt zu retten. Und beginnen damit auf dem eigenen Schulhof. Runter von meinem Planeten, du galaktischer Zombie! Ninjas! Die waren's. Volle Breitseite! Die Ferien werden nie mehr so wie früher sein. Wir stürmen den Laden! Rennen ist verboten! Disneys Große Pause, die geheime Mission. Ähm, Dad, Dad! TJ, bist du etwa schon wieder gegen die Terrassentür geknallt? Komm sofort zurück, deine Mutter will bestimmt noch Fieber messen! Auf Video und TVD!